Also ein Band, SafeCon. Ich werfe den Band rein? Oh! 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 Der ist ja genau bei der Tür! Kannst du durchschießen. I promise. I promise. Und jetzt erstmal wunderschöne Action. Auf Nuke! Alter, was? Die haben doch an! Geht doch. Ha! Wie kommst du denn so schnell dahin? Ich hab dich gar nicht laufen sehen. Alles klar. Äh, Käserand oder kein Käserand? Käserand hatte ich bis jetzt noch einmal. Sonst, also, der Imbiss bei uns hat das gar nicht zur Auswahl. Kräuterbutter. Kräuterbutter. Ach, das... Also wenn dann die Pizza da was geht, ist kein Käserand. Ah, Kräuterbutter, ja. Entschuldigung. Kräuterbutter, weil dann war wild. Das hat dann doch kein Käserand, sondern Kräuterbutter. Entschuldigung. Da kann ich mal kurz anmerken, dass ich die Map gekaut habe und voll stolz drauf bin. Ja, ich bin auch stolz auf dich, Shining. Wow, 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 wow. Ja, Sherpa meint's wohl eher und nicht Shining. Ja, ich bin grad voll auf K... äh, so Brain auf K... wie immer. So. Einer ist low. Da ist noch einer. Zwei. Ah, hier ist einer. Der ist oben. Na, der hat mich dir am Ton angegeben, aber der ist Astro One Shot. Ich habe das weg. Der ist einfach weg. Der ist Elite. Kann mir mal jemand helfen? Danke. Dave tötet Russen. Äh... Und wird von einem Deutschen getötet. Ah, ja. Abschlüsse, Leute. Ich habe doch Pizza bestellt und habe die meisten Angst. Das ist gut. Ja, Shining, wirklich bin ich auch stolz, aber... Ich bin auch stolz auf die Fighty. Wenn du mir stehst, dann kriege ich die Pizza. Ich bin auf alle stolz. Sogar auf Janik bin ich stolz. Entschuldigung, ich verstehe dich grad nicht. Ganz schlechte Verwendung. Ja. Tut mir leid. Also... Rapport, wiederholst du das bitte nochmal? Ich dachte, wenn du am Ende Runde unter mir stehst... ...kriege ich die Pizza. Fighty. Kurz gesagt, die Pizza gehört mir. Kurz gesagt. Einer ist auf B runtergegangen, außen. Ja. Erlek, ist safe hinter dir. Ist klar von hinten. Hinten, Leute. Oh Gott. Pfeiffer ist einer durch die Tür gegangen. Der ist schon durch. Der ist links von dir. Der ist jetzt durchgerannt. Du holst dich jetzt Sven, wenn es so weitergeht. Sven. Sven, Sven, der kommt. Hab ihn. Nice. Einer ist rechts von euch. Wahrscheinlich unten. Er könnte auch oben sein. Ich will planten. Ja. Ja, schön. Das geht eigentlich relativ einfach. Schönes Ding. Ähm, wenn du eine neue Szene hinzufügst... Nein. Äh, keine Szene. Wenn du eine neue Oberfläche hinzufügst, dann gibt es da die Option, das automatisch einzuführen. Und da kannst du es dann dementsprechend machen. Geht relativ easy. Oder sogar Streamlips. Da ist relativ handzarm. Together we can do this. Ey, David, man. Scheinig feuert dich an. Ja, was was? Du sollst Kugeln abfangen. Kugeln abfangen? Mach ich das schon. Erst stolz auf dich dann. Ich sehe Füße in der Garage. Ich bin scheiße. Ich bin scheiße. Die Füße sind aber... Die stinken. Renate. Beach. Oh mein Gott. Alter, danke. Ich hab dir deinen Arsch gehört in meinem Freund. Danke, danke, danke. Ich hab die auch gehört, aber... Ich hab mich irgendwie nicht getraut zu schießen. Ich hab ihn so weggeflickt. Könntest du mich saven? Nee, nee. Ich glaub nicht. Schönes Ding. 133 Abschüsse mittlerweile. Oh. Immer schöner wird das. Schönes Ding. So. Gehen wir wieder nach B oder wo gehen wir hin? Ich fang sie. Ich fang sie. Alle, alle einzelnen. Alle einzelnen Kugeln scheinen. Jede einzige Kugel in meiner Brust. Das finde ich nett. Oh Gott. Och, so war du Köder. Okay. Ja, das kostet mir. Ist ja noch einer. Wo war der? Äh, noch einer door. Einer door. Ja. Ja. Okay. Lix. Hat sich hinter der Wand versteckt? Mal, um einer. Ja. Leute, rennen einfach durch, der Junge. Komplett durch. Hm. Nehmen wir uns. Vielleicht hat mich auch... Oh, da kann ich jetzt nennen. Ich glaube, das hat er nämlich geholt. Der war... Ja, ja. Ich weiß nicht, wie es heißt. Aber er war da, wo er jetzt nicht B ist. Wo er jetzt ist. Warum kannst du Depp hintergehen? Framptück? Ich sag ja, jeder einzelne Spiele gefangen. So. Ich habe die Runde umgebracht, ich glaube der ist nicht AFK. Ne, der sehe ich die Runde umgebracht. Oh. Das war der Oski. Alter. Ganz gegen glaube ich. Ja, ganz gegen Yannick. Renn. Renn. Mach den Tit zu. Yannick. Boah. Schönes Ding. Schönes Ding, ja. Sehr schön. Oh, Dave. Ja. Wo bist du denn hin auf dem Skowald? So. Ey. Ich habe halt Zeit da. Also. Kurz flexen. Boah, ich bin vor Yannick, aber hinter Fight noch. Da sehe ich mich. Alles erreicht im Leben. Alles erreicht im Leben. Eigentlich sehe ich mich da auch. Aber ich denke mir halt einfach. YOLO. Einer ist über mir. Aua. Zwei waren bei B. Haben also sie tot. Also Dors ist niemand. Oh Gott, AWP ist in der Garage. Ich fang an zu planen. Eine Frage ist eben auf jeden Fall. Kannst du B oder A? B. Ich gehe hier runter. Warte, wenn es geht. So. Dann kommt die AWP, kommst du nicht von Garage, ne? Ja. Und ich guck die Tür. Jo. Da wollte er die Tür aufmachen. Der Stadiner. Ich glaube wir können schon verlassen, oder? Hm. Ne. Der ist nicht AFK. Ich höre den. Okay, den schafft kann er nicht mehr. Der Stores. Ich weiß, ich blöde das von. Oh, gerade noch überlebt. Huh. Schönes Ding. Boah, Jan. Sven, guck mal jetzt. Scoreboard. Boah, ich bin der erste. Boah. Boah. Alter Sven. Riesengras. Das werde ich nie wieder im Leben erreichen. Was hat das noch nicht? Boah. 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 Ich hab da sowas. Ich weiß noch nicht, ob ich werfe. Aber RP ist hier der Garage. Boah, das war knapp. Moin. Da sind zwei jetzt. Rechts der nicht? Einfach durch ... Einfach durchs Rennen. Ja, die Bestellung ist rot. Ich höre wieder Stepz von rechts. Ich bin andern. Okay. Lieferzeitpunkt bestätigt. Hier sind wir in 70 Minuten. Ja. Ja, dann fliegt. Ich bin jetzt mit Spina. Ich bin so. Und Käse. Smoke dich. Ja, weil du deinen Hiramishim hast. Gut, gut, gut. Ohne. Ist von mir. Jop. Wir gehen immer nach Gerechtigkeit vergessen. Ist doch der eine, ne? Muss aber nicht, habe ich gesagt. Okay, Tür. Die linke Tür. So. Schön. Obwohl er nicht durch die Wand ging. Dann nur durchs Fenster. Schönes Ding. So. So. Ich will was schönes spielen. So. Ich glaube das ist okay. Erstmal. Ich bin tot. Zwei von B. So. So. Andere. So. 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 Okay. das habe ich es welche tür ist gezahlt na ja auch gluck gluck verdammt ich ja die bombe ja was mindestens glaube ich okay ja was auch da sind über zwei bei bs immer zwei eine neue funktion nein trinken einfach irgendwas dringend habe ich beide ich glaube ich habe 30 sekunden die anderen bei der awp ist also eigentlich einfach nicht piken bleibt stehen um die drei stücke das rampe ja drei stöcke der muss da kommen der muss kommen alter hat mich da habe ich achte zu schauen du musst das machen als ob was hier los durchstrecke oder was jetzt schaffen wir es wir schaffen es jetzt genügig ist unsere map ich mach auf ok alles klar ja bis jetzt wurde ich auch noch gehandicapte ich habe nichts mehr zu trinken hier scheiße belasten ich mach die tür wieder zu ich habe noch eine promis promis aber low eigentlich über eine ist heaven heaven guck ich ab ist jetzt noch nichts ich höre welt ein feuer schönes ding man muss vormals gucken so ja der läuft hinten durch fliegen ak theoretisch awp so ich hasse die ich hasse die dann kann halt jeder ich habe schon dreimal aber noch sieht er nicht gut aus ich meine ich halte sieben ist jetzt das ist richtig so ich habe hoch zu gehen ist eigentlich dumm wo äh ich gehe nicht auf augen aufsteen drauf david es hat mich leider nicht bewegt ok jannik hat es gemacht krasser typ ich habe ganz wenig leben gehabt holy shit sah clear nein wo ist die oben heaven tot sven hat probleme ne jannik hat die ne du hast die ja ne ich bin tot ah dann sammelt ihn auf warte mach mal glück das ist außen oder naja aber hab geplantet stimmt ich guck dann heaven smoke heaven noch mal oh äh warte ich werde feuer hoch dann lass jetzt auch einmal hin nochmal glück ja schön schönes ding leute wie arve ich hasse arve zwar aber ist okay nehm ich kann man wählen nehm ich nehm ich auch ja warte mal sind wir nur einer weniger ah ne mirko fehlt ja also wir sind jetzt damit ein random ja das war nur weil ich drei Leute vorhin gesehen habe und was du der vierte ist achso aber du warst hinter mir ja hab ich ja noch oh der ich war unter na in der flash in der flash muss man dazu sagen ich hab noch mal Fall geworfen oh der ich war sorry ok flash das war nein achso ok a heaven was auf der box ja da ist noch einer auf der box scheiße belastend schönes ding ja ich bin belastet ja ich bin belastet oder was kann ich nicht deuten nein hinten hinten drin aber sitzt einer genau auf dem punkt ich weiß nicht wo wo ist der wo ist der da 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 er ist hinten Thomas ja schönes Ding Yannick schön so zu planen mal dass der randomator planen muss klar hier plant doch ich will smoke ein ja event ja ja leute Aber AWP, seh ich nicht. Seh ich nicht. Zwar überhaupt nicht, aber... Hat schon getaugt für die Runde, hätt ich gesagt. AWP ist halt einfach nur auf dem Body und... Und sowas hasse ich. Ich hasse schon die Operator. Ich hasse die Operator, Alter. Jeder, der Operator verwendet, ist einfach ein Dutscher. Okay, da ist Smoke. Oh, bin ich kacke? Ja, gut. Okay, ah, ich bin auch tot. Ist rein oder schlecht? Okay, ja gut, soll ich sagen? Das ist gut. Okay, in vorn ist B. Oh, oh! Dammit! Guter Versuch. Beim... Janek? Ja. Okay. Schön. Leute, wir spielen nur noch gegen vier Leute, ne? Also... Nein, nein, der ist nicht rausgegangen. Nein, nein, der ist nicht rausgegangen. Der hat eine Brand gerufen. Das war keine. Boah, der hat sich da ja nicht klumpen lassen. So, was kann ich damit nicht? Bleib mal stehen. Was hast du denn? Ich stehe doch. Hä? Ich bin hier drauf. Du bist gar nicht mehr blau, sorry. Verdammt, ich bleib mal zu hoch. Bleib mal stehen, ich bleib stehen, weil angemeldet hat sich nicht stehen. Sorry, ich dachte, du bist ja nie. Hab dich lieb. Ah, also ein Vent Saver. Ich werf den Blend rein. Oh! 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 Da ist der genau bei der Tür! Kannst du durchschießen. ja gut das war so geil das war so geil ich mache die tür auf der gegner steht genau der tür guckt mich an ich habe wieder flash aber dann bin ich in zentro dabei richtig will ja ich weiß ich weiß nur ich habe außer das war noch wichtig sind okay die ich weiß nicht wo der ist aber der hat eine arbeit Haben? Nein, das ist David. Nein, Heaven bin ich, Heaven bin ich. Daran, genau. Ah, der bewegt sich auch hier hinten rum. Heaven? Oder? Ja. Oh, Scope, perfekt. Oh, David stand auf ihm drauf, also da muss er auch nicht scopen. Willst du nicht scopen, aber... So. Molotov hat ne Blend. Ja, ne, alles will ich nicht wissen. Letzte Runde. Boah, Janik ist erster. Stimmt, letzte Runde. Ein über außen. Ja, okay, du mal bis 16. Ey, Smoke! Jetzt wird hier durchgerannt. Hui! Komm, Sven, die kommen. Jo, 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 jo. Lauf weg. Lauf weg. Okay. Das ist gerade... Oh Gott. Ich bin tot. Scheiß. Scheiß AWP. Schönes Ding. Wohl Bombe. Pommes noch. Pommes? Ah Pommes, ja. Pommes, lass mich, lass mich. Ah, vielleicht so. Der Gangbang. Immer noch eine Pommes. Obendrauf, obendrauf noch Pommes. Boah, schön. Oh, nice Abel. Keiner Violet hat das Spiel verlassen. Ich glaub wir gewinnen das wieder. Glaub ich auch. Was denn? Machen wir Solosquad mit mir. Solosquad? Okay, komm. Ich weiß nicht was dazu kommt. Janik, welche Waffe kaufst du? Diegel. P250 oder? Nee, da ist der Deckel. Okay, Diegel. Ich glaub, die kicken sich jetzt gegenseitig. Ich brauch gar nix. Aber hey. Rampe, okay. Wie vorhin. Timeout. Eine Minute später. Ende. Leute. Ja. Geh, geh. Ich zieh einfach die Granate. Nein. Doch. Nein. 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 David, nein. Aber du merkst halt, dass die Bots auch fehlen, ne? Also sie können ja gar nicht wissen, ja jetzt wirklich aber drei wenige. Ja. Na zwei wenige. Dabei, wenn du uns in die Duft jagst, ne? Ja. Dann bist du gesperrt. Ich weiß. Und das willst du nicht. Ja, hast auch wieder recht. Also nicht machen. Nein. Wirf die Granate einfach cross the map. Komm. Cross the map? Ja. 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 Was passiert, wenn ich damit einen töte? Äh. Ein von den Gina und ein von uns. Das war immer 50 Sub gibt's. Ja. Ja. Natürlich. Mach ich dann. Ich kann. Ich kann hier, also von da vorne aus. Ja. Von den Treppen da vorne, kann ich eine Ködergranate einmal komplett übers ins Dach treffen. Eine Ködergranate? Aber es keine richtige Granate, ne? Ne, aber die richtige Granate ist ja noch leichter. Ja, das will ich sehen. Janik, Janik, Janik. Was denn? Janik, äh, das ist schon krasser, ja. Weißt du genau, was du vorhin gesagt hast? Dass ich auf Miraf scheiße bin? Ja. Das ist so. Dass du immer unter mir bist, egal wie scheiße ich spiel. Janik, es sind beide Vorzeit. Ja, und jetzt machen die Teamkill an Sven und dann bist du wieder über mir. Ey, Bro. Ich komm nicht über dich, glaub ich. Oh, die spielen weiter. Wie cool. Hoff geht's. Ich hab ihr GG geschrieben. Ich wollte grad sagen, jetzt hab ich den Ehrgeiz gekickt, aber okay, soviel dazu. Jetzt hat Gabe blau gekillt. Ja, Leute, jetzt geht's los. Ja. Jetzt geht's los. Oder da ist... Der Run, der Run nach dem Kill, Alter. Nein! Nein! Fein! Fein, ich wollte die Wachen! Aber, aber mach keinen Stich, mach keinen Stich. Oh, Mann. Komm, Sulu Squad. P90. Alle jetzt. Okay, komm. Ich bleib' einfach nur Toys. Toys. Sulu Squad, Sven. Ja. Komm, Sulu Squad. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ganzes Magazin verfallen. So. Und... Jetzt. Ich bin tot. Entschuldigen Sie, Runa, einfach. Der war wohl im Vent. Oh! Kann er selbst totmachen? Mir egal. Du bist gerade, was das für ein Stück Papier? Ja. Kommst du okay? Ja, wo du das? Jawoll, Yannick. Du spielst? Krass. Du bist sein. Ich hab mir da nie viel Mühe gegeben. Ey, meine Pizza ist da. Was für ein... Was für ein Zufall. Nice. Ja, Yannick. Schönes Ding. Let's go, Yannick. Ja. Wir haben was gemacht. Oh Mann, ey. Wir sind einfach... Wir sind einfach die Übermacht. Und jetzt noch ruhig zu tilten und schon AWP spielen. Komm, Sven. Super Squad. BRP 90. Solo. Solo. AWU. 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 AWUWU. Ein bisschen Disziplin hier, ja? Okay. Ich schwöre, wenn ich auf eurem Rust-Server nicht... Außen? Geil. Scheiße. Außen, sagst du? Außen, ja. Mit der AK, Alter. Ich hab da aber noch einen gesehen. Ich will weitergekommen. Da... Ja, nee. Einen hab ich. Der stand mit Feuer. Der wollt selbst noch machen. Aua. Nicht flashen. Aua. Hinter mir. Hinter mir. Ich bin tot. Danke, Fylt. Fylt, du bist ein fies Ding. Fylt, du bist ein fies Ding. Ein fiese Möp. Fylt, du bist ein fies Ding. Im Spawn? Ich weiß es nicht. Ich konnte ihn leider nicht sehen. Ungefähr. Ich war blind. Ich bin ein Noscope. Sag mir mal die Pfeil, bevor du sie gehst. Wir sind kurz sehen. Weißt du, was du gestern auf den alten Fighter gesagt hast? Ah, wir spielen ist es. Und dann Noscope und so. Die ganzen Sprüche. Aber jetzt ist es selber einer. Ich hab's damals gecallt. Fightfic selber einer. Oh. Ja. Schönes Ding. Verbäne. Ey. Ohne Scheiß. Lieber Stream. Allerbester Spieler. F12. Haut rein, wir spielen hier wieder. Verbäne. 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 Wow. Boah. Silber Elite bin ich wieder. Juhu. Ich hab ne Kiste, Junge. Uprank für Sven, oder was? Ja, ich bin der Silber Elite geworden. Oh, nie. Uprank für Sven. Bäääääääh. Das ist das richtige Stein. Hast du ja auch Mühe gegen diese Runde. Ich bin endlich wieder da, wo ich hingehör. Nice. Bei mir. Schönes Ding. GG. Mhm. Quatsch, Wahl. Frage 12. Aber finde ich auch das Meister-Assist-5. Alter, ich hab eigentlich keine Kiste im Kopf, dass es noch so drin sein könnte. Aber ich bin jetzt auch raus. Das ist so far from a game What you saying It ain't nothing but heartbreak and dedication Quit complaining Look at my life Feel my pain When it comes to me and you are not the same This is so far from a game